Schau dir das mal an. Triassic Park. Rein in die Gondel und rauf in die Uhrzeit. Entdecke den Triassic Park auf der Steinplatte Weitring. Wo heute saftige Almwiesen zwischen hohen Bergen liegen, waren vor über 200 Millionen Jahren Korallen und Dinosaurier zu Hause. Die Reise in eine längst vergangene Welt beginnt im Triassic Center. Tauche ein in das Urmeer Thetis. In der spannenden prähistorischen Unterwasserwelt gibt es viel zu entdecken. Kennst du schon Tanis Trofeus? Werde zum offiziellen Triassic Park Forscher und bestimme Fossilien wie ein echter Paläontologe. Denn dann bist du fit für den nächsten Teil des Abenteuers, den Triassic Trail. Gehe auf wissenschaftliche Erkundungstour. Hier lernst du alles über die Trias. Und wenn du nicht weißt, was das ist, dann finde es einfach heraus. Denn hier bist du mittendrin. Löse die Rätsel und bleib einfach immer neugierig. Um die letzten Geheimnisse im Triassic Park zu lösen, musst du sogar selbst auf Tauchgang gehen. Im Mini-Urmeer auf der Steinplatte. Hier wird nach Edelsteinen gegraben und Fossilien im Sand. Werde zum Entdecker und beginn dein Abenteuer. Im Triassic Park auf der Steinplatte Weitring. Triassic Park. Rauf in die Uhrzeit. Täglich geöffnet von Juni bis Oktober. Eintritt ist in der Gondelfahrt enthalten. Weitere Infos unter www.triassicpark.at